Aaaaaaaaaaahhhhhh! Los Joel! Jetzt ab zu Ellie! Wieso drücke ich denn die ganze Zeit falsche Tasten? Ja, ich habe ein anderes Spiel gespielt. Hier ist es noch. Oh, das ist jetzt... Das hätte ich nicht tun sollen. Irgendwie sieht es messy aus, was ist das? Falsche Taste! Jetzt bin ich echt verwirrt mit den Steinen. Dreieck. Joel. Bei dir ist es das Dreieck. Ich muss einmal ganz kurz. Es tut mir sehr leid. Aaaaaaah! Ah! Ernst, wo ist das das Viereck? Das war auf keinen Fall genauer. Wie mache ich denn nochmal mein Rad? Oh Gott, wie unangenehm. Oh Gott! Auch das... Mist, ey. Ich muss das unbedingt jetzt ganz zeitnah in den Griff kriegen, die Tastensituation. Fran! Du bist hier nicht in Hogwarts! Nein! Joel, wir brauchen eine Waffe. Dann machen wir das Licht aus, dann gehen wir in eine hockende Position und sind bereit. Boah, ich bin maximal verwirrt. Wo kommen wir denn jetzt her? Wow. Was war denn das? Nix. Mist. Was war das? Joel. Deine Waffe. Ich bin einfach super feige hier heute wieder unterwegs. Das war die Nagelbombe. Das sollte die Flasche sein. So, okay, die sind alle dahin. Ah, ja... Oh, 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 oh... Die Leute, oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Nein! Ick Ausschwärm! Ohhhh, ohhh... Ohhhh. Wartet, mit dem Ausschwärmen. Lass mich kurz noch meine Waffe wechseln. Ich seh keinen mehr. Ah, Joel! Wow, richtig gut heute. Ich trau meinem Lauscher halt manchmal nicht. Wir hatten das ja auch schon mal, dass er uns irgendwie angezeigt hat. Nichts. No, oh Gott! Ah! Steh ich denn noch mal auf? Ah! Wir haben nur ein wenig hin. Wir nehmen unsere Axt. Wir gehen erhobenen Hauptes durch diese Tür. Oh nein, ich muss rennen um mein Leben und um Elvys Leben. Wie renne ich denn hier noch mal? Ah! Joel, wohin? Jetzt haben wir es geschafft. Wir sehen uns beim Part 2 wieder. Gap Reisui. BEEP! Untertitelung. BR 2018